Was ist die Methode, mit der man erfolgreich zu sein? Auf dem Gebiet, auf dem sie angewendet wird, tatsächlich Wunder wirkt. Die Namen sind manchen von Ihnen bekannt. Sie sind angedeutet worden, Weltmarktführer, Qualitätsführer, Technologieführer, Kundenserviceführer, wie etwa WIRT als eine Firma, die von kleinsten Anfängen beginnend nun etwas über 60.000 Mitarbeiter beschäftigt. Da kann man eigentlich nicht von KMU sprechen. Man kann da auch nicht von Mittelstand im engeren Sinne des Wortes reden, sondern man muss dort von unternehmerisch geführtem Unternehmen führen. Und das ist der Treiber des Erfolges. Mit dieser Methode wird Leist ja über sich selber berichten in mehreren Schriften, dass eben das eines seiner Geheimnisse gewesen sei. Die Firma Kärcher gehört dazu, die viele von Ihnen kennen. Die Firma Logitech gehört dazu. Und Sie werden viele, viele andere Beispiele heute hören, die wirklich beinahe an Wunder grenzen. Ich habe die ganz große Ehre, dass Herr Mewes sich entschlossen hat, vor einem Jahr seine Methode uns anzuvertrauen, damit wir sie weiterhin der Wirtschaft, den Menschen zur Verfügung halten. Und das tun wir gerne. Und dem dienen auch diese Veranstaltungen. Warum ist sie hier willkommen und warum hat Herr Mewes den Eindruck gewonnen und die Überzeugung, dass sie bei uns am richtigen Ort ist? Weil die EKS funktioniert und weil das unsere Mission ist, Unternehmungen, Organisationen zum zuverlässigen Funktionieren zu verhelfen. Nun löst sich der Widerspruch dadurch auf, dass es Lösungen gibt für komplexe Probleme, die durch eine geradezu ästhetisch brillante Einfachheit sich hervortun. Und das ist unter anderem die EKS. Sie löst hochkomplexe Probleme auf eine hochelegante und eben auch hochwirksame Art und Weise. Engpass konzentriert heißt Engpässe beseitigend. Es gibt zwei Arten von Engpässen, nämlich Hindernisse, an die man ständig stößt wie die Fliege ans Fenster und nicht weiter weiß und auch nicht erkennt, dass das für sie ein zunächst unüberwindbares Hindernis ist, dass sie aber nicht sehen kann, dass ihr nicht auffällt, weil sie die EKS zum Beispiel nicht anwendet. Aber sobald sie sieht oder merkt, dass es da einen Ausweg gibt, dann ist sie sehr schnell draußen. Hindernisse, die gar nicht offenkundig sind, als solche zu erkennen. Und eines der Hindernisse ist eine nicht als solche erkannte Stärke. Das ist das teuflischeste und tragischeste aller Hindernisse, nämlich etwas, was man hat und was einem helfen kann, oft in kürzester Zeit erfolgreich zu sein oder aus einer Schwierigkeit herauszukommen, als solches nicht zu erkennen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020